So, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.29 Uhr, Dienstag, der 23. März. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aktuell aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen Tags-Trade vor und wir nehmen the big number bei 14.600, platzieren hier die Order und blicken einmal auf die Blue-Boxen von gestern. Also Boxen alle, die kleiner sind als, oder blaue Boxen, die kleiner sind als 30. Wir haben eine 10er, eine 11er, eine 12er. Das ist aber eben halt nicht in Trading Time, also nicht in unserer Trading Session. Aber hier eine 24er Box, auch hier sauber in den Gewinn gelaufen und dann sehen wir 14er, 15er, sauberen Ausbruch gegeben gestern in the Blue-Boxen. Dann kommen wir zu den Damen und Herren, die die Wohler-Boxen traden auch mit uns und natürlich heute vielleicht einen Hedge-Auflösungs-Trade machen. Wir blicken einmal auf den gestrigen Tag. Hier switche ich einmal kurz auf die 5 Minuten. Dann sehen wir hier, gestern einmal hier reingelaufen, dann oben reingelaufen, hier sehr schön. Und dann gab es am Nachmittag, da bin ich ein bisschen gefangen gewesen, weil ich auch auf Angepasst gedrückt habe. Bin gestern tatsächlich nachmittags, weil Montag habe ich nachmittags auch ein bisschen Luft, bin in den siebten Trade gekommen. Den haben wir aber erfolgreich nach Hause gebracht, aber der eine oder andere wird ab dem fünften gehedged haben. Insofern schauen wir uns aktuell mal die Hedge-Position an. Wo kommt der DAX rein? Bei 14.605. Das heißt, wir sind hier mehr oder weniger genau an dem Level, wo die Wohler-Box reinkommt. Das heißt, es wird ein sogenannter Big-Number-Trade. Und wir sind aktuell Long im ersten Trade. Und das heißt, wir können uns orientieren, dass die Wohler-Box denn auf diesem Level auch reinkommt. Okay, was machen die Tagesscharts? Die großen Zeitebenen DAX, oben die Sonne. Wir haben noch kein Short-Setup. Es ist jetzt gestern nochmal ein Turnaround. Am Freitag sehen wir, Freitag hat der Kurs tiefer geschlossen, dann gestern wieder höher geschlossen. Aktuell sind wir wieder leicht tiefer. Gehen wir weiter und gehen zu Gold. Gold ist aktuell auch noch kein Setup. Wir haben bei 1739 uns aktuell. Öl, haben wir besprochen, ist ein Short-Setup. Technologie-Börse, Nasdaq, das Long-Setup, ist in den NTP gelaufen. Und jetzt dümpelt der Markt ein bisschen rum. S&P 500. Und hier oben eine rote Sonne, aber auch noch kein richtiges Short-Setup. Und dann kommen wir einmal zu the Dow Jones. Dow Jones, auch hier eine rote Sonne. Drei kleine rote Kerzen, aber auch hier kein Abgabedruck. Richtig. Und nicht zu vergessen, für die jungen Leute, Bitcoin. Bitcoin bei 53. Und hier könnte es tatsächlich ein bisschen, wenn es ein bisschen tiefer läht, ein Short-Setup in Bitcoin geben. Das letzte Short-Setup war am 21. Januar hier. Das war bei 31. 31.000 im Januar und 53.000 jetzt in Bitcoin. Also, so, wir sind long. Ich switche einmal jetzt kurz rüber zu Maurice, YouTuber, rein. Also, 8.46 Uhr, wir sehen hier, wir haben eine 15er-Box, eine Blue-Box, die sich jetzt direkt hier ausgeprägt hat. 14.599 Short oder 14.613 eine Box. Wir haben uns jetzt heute Morgen als allererstes für die Big-Number entschieden. Maurice, gibt es bei dir schon was Neues? Hoffentlich gleich im DAX. Wir fahren auf meinen Spreads. Ich rolle die YouTuber jetzt auch nochmal rein. Das ist der Eröffnung-Trade heute Morgen. Und ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst und wollen ein bisschen mehr mitnehmen. Ansonsten treten wir auch nochmal zum Regelwerk. Dreimal maximal die Big-Number. Danach lasse ich die Finger weg. Davon die Maus. Mehr oder weniger ein Trader, denn kein Big-Number-Trade mehr. Ja, 14.607 Long, 14.592 Short und Maurice ist im Dow Jones Long und im DAX Long. So, 37 Sekunden noch. Hedge-Auflösung. Die Box wird so um die Big-Number reinkommen für Damen und Herren, die jetzt eine Hedge-Auflösung traden. Also wird sich, wenn alles nach Plan läuft, sich gleich der Kurs auch von der Vola-Box hoffentlich entfernen. In die eine oder andere Richtung. 23 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. 9, 8, 6, 5, 4, 3 und los geht's. So, die Vola-Box aktiviert. 14.604 Long, 14.589 Short und wir bleiben natürlich auch bei der Vola-Box und gehen nicht Big-Number und Vola-Box gleichzeitig rein. Wenn der Big-Number-Trade jetzt gelaufen ist, warum? Weil wir wollen nicht doppeltes Risiko haben, falls der Kurs sich dann mehr oder weniger aufschaukelt. So, wir haben den Eröffnung-Trade. Gehen wir erstmal bis zur ersten Unterstützung, bis 71 runter. Also 71 unten ist unser Trade. Vola-Box ist im ersten Short. Das ist jetzt für die Damen und Herren, die Hedge-Auflösung-Trade machen, wichtig. Wir sind jetzt also doppelt Short. Maurice, wie sieht's bei dir aus? So, wir sehen auf dem rechten Bildschirm, unsere Eröffnung-Trade ist jetzt in den Gewinn gelaufen. Links die Vola-Box ist auch in den Gewinn gelaufen. Also, Entschuldigung, noch nicht, aber das könnte eventuell der erste Trade sein heute für den Eröffnung-Trade. Links die Vola-Box, weil das Gewinn ist hier dort etwas kürzer haben. Ich spende meinen zweiten Trade Dow Jones Short. Und auch im DAX. So, unser Trade links ist in den Gewinn gelaufen. Hier der Eröffnung-Trade Vola-Box. Erster Trade ist also der Vola-Box-Trade heute, der in den Gewinn gelaufen ist. Unser anderer Trade hier ist in den Trade Nummer zwei. Big Number, dort liegt das Gewinn zählt hier unten. Somit verabschiede ich mich heute bei den YouTubern. Die Vola-Box ist also der erste Trade des heutigen Tages gewesen und aktiviere sie nochmal. Ich wünsche den Tradern auf YouTube einen erfolgreichen Handelstag und dann bis morgen, wenn ihr Lust habt.